Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor es losgeht, hier der Hinweis auf meinen Zweitkanal, den ich euch unten in der Infobox verlinke. Da geht es um alles, was mit Coaching zu tun hat. Da sind auch sehr viele Mitmachsitzungen, wie zum Beispiel EFT dabei. Also schaut da gerne mal vorbei, würde mich freuen. Heute kommt ein Video zum Thema Selbstvergebung, das ist sicher für den einen oder anderen auch sehr spannend. Also schaut da gerne vorbei und lasst mir auch da gerne ein Abo, da würde mich freuen. Alles klar, los geht es mit diesem Video, das ist das Monatsorakel für Februar. Ich bin schon relativ spät dran, aber noch nicht zu spät. Ja, wir schauen mal, was uns der Februar so bringt. Wir haben wie gehabt vier Stapel, wir haben Stapel 1, 2, 3 und 4. Wähl einfach intuitiv einen oder mehrere dieser Stapel aus und dann schau unten in der Infobox nach der Zeitmarke, die dich zu deinem Stapel führt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Wir starten mit dir, mein lieber Stapel Nummer 1, für alle, die dieses Herz gewählt haben. Wir schauen in deine Energien für den Februar. Du hast die 6. Kirche. Du hast die Sonne. Zentrum. Ich weiß, wer ich bin und was ich will. Wow. Du hast den Ehren mit. Verbringe Zeit in stiller Meditation, spirituelle Lehren und Selbsterkenntnis. Der Troutan. Gib mit Großmut und Dankbarkeit. Das magische Gebet. Wow. Die Führung. Und ein Einhorn. Tiefe Zellheilung. Arcturus Energie. Körperliche und emotionale Heilung. Und die Ganesha. Ja. Wow. Sehr, sehr schöne Karten. Also was ich bei dir als erstes wahrgenommen habe, ist eine sehr verspielte Energie, aber eine sehr sonnige Energie auch. Wieder so, ja, wenn der Frühling kommt und man einfach wieder so Frühlingsgefühle in sich hat, dann habe ich bei dir ganz groß das Thema Selbsterkenntnis. Vielleicht hast du da in der Vergangenheit schon so viel gemacht. Vielleicht bist du gerade dabei. Vielleicht hast du dir irgendwas vorgenommen, weil bei dir habe ich hier zweimal, ich weiß, was ich will und hier auch nochmal die Selbsterkenntnis mit dem Ehre mit. Also es geht wirklich darum, in dir auch, für das steht für mich auch immer der Ehre mit, in dir ein Feuer zu entfachen, dein eigenes Licht wieder voll erstrahlen zu lassen. Und ich habe bei dir auch ein bisschen dieses Gefühl von, du wirst jetzt mal schauen, wie hell dein Licht innerlich werden kann, indem du Dinge umsetzt, die dir gut tun, wo du weißt, dass du damit in dein Licht kommst. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen so eine kindliche Energie, wo du sagst, ich schaue jetzt einfach mal, was für mich möglich ist, was in mir möglich ist, was in mir vielleicht noch schlummert. Und dadurch, dass du das machst, entfachst du dich innerlich selbst und kommst total in dein inneres Strahlen. Und das ist natürlich auch wie so ein magisches Gebet. Dadurch manifestierst du natürlich, ja, in jedem Moment, indem du dich mit dir selber beschäftigst, indem du deine eigene Energie erhöhst, manifestierst du auf einem ganz anderen Level, als du das vielleicht jetzt tust oder in der Vergangenheit gewohnt bist. Also ich habe tatsächlich dieses, ich nehme jetzt mein Leben mal selber in die Hand, aber nicht verbissen, sondern auf eine sehr spielerische Art und Weise, ich gehe jetzt in die Heilung, ich gehe jetzt wirklich, ich schaue jetzt mal, was für mich in diesem Leben möglich ist. Und dadurch übernimmst du natürlich auch die Führung in deinem Leben und sagst, okay, gut, ich schaue jetzt mal, egal wie groß meine Träume sind, vielleicht hast du die in der Vergangenheit für unrealistisch gehalten, ich schaue jetzt einfach mal, ob es nicht vielleicht dort möglich ist, indem ich meine Energie anpasse und dann einfach mal schaue im Außen, was mir das Leben aufgrund meiner Energieerhöhung liefert. Also das ist tatsächlich so ein, ja, gar nicht mal manifestieren im Sinne von visualisieren, sondern einfach mal schauen, was denn im Außen passiert, wenn du an dir, in dir arbeitest. Und da kann bei dir ganz, ganz viel in die Heilung gehen und du hast hier nochmal das Ja, also hier nochmal die Bestätigung, hier auch wirklich, ja, in dein Licht zu kommen, in dein Licht zu gehen und dadurch erhellen sich auch ganz viele Bereiche in dir und dir werden plötzlich ganz viele Dinge einfach auch bewusst. Ich habe auch bei dir dieses Gefühl von, vielleicht weißt du gerade nicht, was dein Ziel ist, vielleicht weißt du gerade gar nicht, welche Ziele du verfolgen sollst und deswegen veränderst du jetzt in dir was, wirklich durch Meditation, durch Persönlichkeitsentwicklung, was auch immer da sich für dich stimmig anfühlt, ja, das kann für jeden was anderes sein. Und dadurch wirst du einfach innerlich heller und erkennst auch wieder mehr deinen Weg, weil auch das habe ich, ja, der Eremit nimmt die, die, na, das Licht, die Taschenlampe selber in die Hand und sagt, ich schaue jetzt einfach mal, was es da gibt in dieser Welt und dann entscheide ich, was ich will, aber zuerst muss ich alles mal hell machen um mich herum, damit ich alles mal sehen kann, um dann auswählen zu können. Und auch das habe ich bei dir einfach, dieses nach innen zu gehen, in deine Verspieltheit auch zu gehen, in deine Kraft zu kommen, um dann auch wieder zu erkennen, was du denn willst in diesem Leben, was denn deine Träume und Ziele sind. Und ich habe auch bei dir dieses, du hast so viel zu geben und es ist so viel da in deiner Größe, du hast ja auch den Großmut, da ist so eine Größe in dir und da ist so viel, was du dieser Welt auch zu geben hast, dass wenn du, ich habe auch das Gefühl, bei dir dieses Thema Dankbarkeit ist ganz, ganz stark, also Dankbarkeit funktioniert bei jedem super, bei dir noch hundertmal mehr, das ist wirklich wie so ein Magnet. Wenn du gibst und dankbar bist für das, was du schon hast, dann wirst du innerlich immer heller, dann wird es immer heller in dir und das ist wirklich, das geht in so eine positive Spirale dann einfach über. Dann kommen Dinge, die in Heilung gehen dürfen, die vielleicht schon lange irgendwie Blockaden in deinem Leben, auf deinem Weg auch dargestellt haben, die plötzlich einfach, wo der Knoten platzt, sage ich mal und die plötzlich in die Heilung gehen dürfen, vielleicht auch auf der körperlichen Ebene, dass du da plötzlich eine Heilung erfährst von physischen Leiden, die einfach durch Blockaden ausgelöst waren und indem du an deinem Licht, an deiner Energie arbeitest, kommt da ganz, ganz viel in Heilung bei dir, du kommst in die Führung deines eigenen Lebens, du bist wieder der Herr, die Frau an der Kutsche, die quasi antreibt und sagt, wo es lang geht, weil du plötzlich wieder weißt und siehst, wo du lang gehen willst und mit dieser Energieerhöhung hast du natürlich auch die Kraft dafür, wieder auf deine Träume und Ziele zuzugehen, die du plötzlich wieder erkennen kannst, weil viel mehr Licht um dich herum ist und du dadurch einfach auch mehr erkennen kannst. Das sind wunderschöne Karten, also da ist eine ganz, ganz tolle Manifestationskraft dahinter, die dich wirklich in deine Power wieder bringt, so dass du deinen eigenen Magneten innerlich wieder in der Hand hast und den so ausrichtest, dass du das anziehst, was du haben willst. Sehr, sehr schön, vergiss nicht dafür dankbar zu sein für diesen Prozess, genieß auch den Prozess dorthin, genieß den Weg, der dich dorthin bringt zu deiner Größe und freu dich schon mal, sei schon mal in der Vorfreude auf das, was dich da erwartet. Wunderschöne Karten, also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Kartenkombination bei dir, ich bin begeistert. Alles klar, wenn dir das Orakel gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen beziehungsweise hören. Bis dahin, alles Liebe, tschüss! Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 2, für alle, die diesen Stein hier gewählt haben. Wir schauen in deine Energien für den Februar. Du hast die 9er Kelche, der Jupiter mit der Entwicklung, ich erlaube mir auf allen Ebenen zu wachsen und genieße mein Glück. Wow, die Sonne, glücklicher Ausgang, brillante neue Ideen, die zum Erfolg führen, hab Vertrauen in dich. Die Nachtigall, die Liebe ist allgegenwärtig, wow, ich bin gespannt, was bei dir noch kommt. Die Vereinigung, das ist der Wahnsinn. Der Segen, wow, sehr, sehr schön. Dein Leben ist eine Leinwand, Künstler, Manifestation und kreative Verantwortlichkeit. Und die Beharrlichkeit, wow, also, besser geht's ja fast gar nicht, das ist ja Wahnsinn. Bei dir geht's wirklich um darum, dein Leben zu genießen, dein Glück zu genießen. Das hast du dir auch wirklich verdient. Du hast einen glücklichen Ausgang hier drin. Vielleicht bist du an irgendeiner Sache dran, wo du jetzt noch nicht weißt, wie sich das ausgehen wird. Also auch da, du hast einen glücklichen Ausgang. Du hast ganz viel Inspiration hier drin, ganz viele neue Ideen für dein Leben, für deine Projekte, für was auch immer bei dir ansteht. Wirklich Ideen, die dich zum Erfolg führen. Du hast das Thema, hab Vertrauen in dich, hab Vertrauen in die Liebe, die allgegenwärtig ist. Lass dich von deinem Glück, das du schon erfährst, lass dich von dem nochmal mehr befeuern. Und lass dich nochmal mehr dazu motivieren, hier auch mit der Beharrlichkeit, dass du noch mehr einfach in dein persönliches Wachstum gehst, dass du noch mehr in die Entwicklung gehst, dass du noch mehr wächst an deinem täglichen Leben. Dass du einfach, ja, lass es dich, lass dich diesen Erfolg, der hier auf dich wartet, lass dich, dich hungrig werden durch diesen Erfolg. Hunger nach mehr, nach noch mehr Licht, nach noch mehr Erfüllung, nach noch mehr Liebe, weil dadurch entwickelst du natürlich auch die Beharrlichkeit und die Disziplin, um nochmal weiterzugehen auf diesem Weg. Weil das ist noch kein Ende, das ist einfach ein sehr glücklicher, toller Zwischenstopp, aber für dich geht es noch viel, viel weiter und hier wartet wirklich so viel Segen auf dich. Ich habe hier auch, also diese Karten stehen auch sehr, sehr gut in Liebesdingen, wenn du aktuell Single bist oder vielleicht läuft es in der bestehenden Partnerschaft nicht so gut, wo auch immer du drinsteckst. Ich mache ja keine Liebeslegungen, das wissen ja viele von euch auch, aber in dem Fall ist es schon sehr präsent. Also hier steht wirklich, da ist sehr viel möglich für dich. Entweder, dass du wirklich einen Partner findest, dass du endlich die Liebe findest, nach der du dich sehnst, dass eine Vereinigung stattfindet mit einem neuen Partner, mit einem bestehenden Partner, dass ihr vielleicht den nächsten Schritt geht, zusammenzieht, ein Kind bekommt, zeugt, was auch immer. Aber hier wirklich so ein ganz tolles, erfüllendes, partnerschaftliches Event habe ich hier auch mit drin. Vielleicht lernst du auch jemanden kennen, wenn du lange Zeit Single bist und der haut dich richtig um oder die haut dich richtig um und das ist sofort total innig, weil das ist schon so auch eine Seelenvereinigungskarte, so eine Seelenpartnerschaft. Ich kenne mich da ja nicht so aus mit Zwillings, Flammen und Co. Keine Ahnung, auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle, enge Verbindung, die auch nicht nur aus diesem Leben stand. Also ich habe hier auch so, kriege ein bisschen so diese karmische Verbindung, die dahinter steht rein. Das kann aber auch sein, wenn man es auf den beruflichen Bereich deutet, dass du hier wirklich Partnerschaften eingehst, dass hier Leute in dein Leben kommen, die dir nur Gutes wollen, die wirklich wie so Engel in dein Leben kommen und dir wieder helfen zu deinen nächsten Erfolgen, die dir dabei helfen, deine Ideen zu realisieren, die einfach wie so ein Segen in deinem Leben auftauchen und dir wieder weiterhelfen. Und ich habe bei dir wirklich so dieses Gefühl von, du hast eine ganz, ganz tiefe innere Erfüllung und durch die bist du unerschütterlich. Und auch bei dir, vielleicht hattest du auch, hattest du dich auch zum Stapel 1 hingezogen gefühlt, weil auch da könnte eine Botschaft für dich drin sein. Bei dir habe ich auch dieses Thema Manifestation, dass du wirklich in deine Verantwortung gehst, in deine Verantwortung als Schöpfer deines Lebens, dass du merkst, wie du aus dir heraus Dinge in dein Leben ziehen kannst. Und ich finde das immer wieder spannend, wie man immer vergisst, wie Manifestation funktioniert und wie man sich permanent immer daran erinnern muss. Und wenn man dann wieder erfährt, oh, das ist ja, das funktioniert ja wirklich, man vergisst das immer wieder. Dass dich das wieder so innerlich, so dieses Feuer entfacht, wieder mehr in diese Richtung auch zu tun, wieder mehr in deine Schöpferkraft zu gehen, wieder mehr zu manifestieren, aktiv zu manifestieren, wirklich zu sagen, okay, was will ich denn erschaffen in meinem Leben und wie muss ich mich darauf ausrichten, damit ich das erschaffe in meinem Leben. Also wirklich so, dass du dich auch verwirklichst in diesem Leben, dass du Dinge, die in dir schlummern, die du in dir trägst, dass du die auch nach außen bringst, auf die Leinwand. Wir haben hier einmal die Leinwand des Lebens, dass du das wirklich auch, ja, dass das Realität werden darf in deinem Leben. Dass du, ja, dass du da auch vielleicht für andere, für Menschen, die davon profitieren, sehr, sehr viel erschaffen kannst. Und das kann wirklich in jeder Branche sein. Vielleicht bist du auch künstlerisch aktiv. Der Begriff Kunst ist ja immer sehr, sehr weit gefasst. Und vielleicht machst du hier auch schon viel und vielleicht kommen hier nochmal neue Inspirationen rein, wie du dich da noch mehr verwirklichen kannst, wie du da noch mehr deine innere Kraft und deine innere Erfüllung nach außen bringst. Und ich glaube, darum geht es auch oft im Leben, dass wenn wir einfach diese tiefe Erfüllung in uns spüren, dann wollen wir das ja auch irgendwie mit der Welt teilen. Wir wollen uns ja nicht nur alleine darin zuhlen, sondern wir wollen das natürlich, wir wollen so viele Menschen wie möglich an dieser Energie natürlich auch teilhaben lassen. Und das gelingt dir einfach sehr, sehr gut. Und dadurch ziehst du natürlich noch mehr Menschen in dein Leben, die dir dankbar sind, die dir gut zugeneigt sind, die dir einfach noch mehr positive Energie schicken. Und das wiederum wirkt sich natürlich wieder auf dich aus. Wenn du Menschen hast, die für dich beten, die sich innerlich bei dir bedanken, dafür, dass du ihnen geholfen hast, dann führt das natürlich auch wieder zu einer Energieerhöhung. Wir können uns alle gegenseitig beeinflussen. Und das ist natürlich das Schönste, der schönste Segen, den man da energetisch einfach nochmal erhalten kann. Ich freue mich auch immer mega über alle Kommentare, wenn ich irgendjemandem helfen konnte, weil das ist es ja, was wir am Ende des Tages wollen. Wir wollen ja dieses Lied, das wir in uns tragen, nach außen tragen und damit möglichst viele inspirieren und bewegen. Und ja, einfach auch einen Weg zu hinterlassen im Leben. Und was ich zum Beispiel auch immer mache, ist, ich frage mich immer, was habe ich der Welt heute gegeben? Was habe ich heute gemacht? Und manchmal sind es keine großen Dinge, manchmal sind es kleine Dinge. Und was ich mache, ich mache dann immer meinen Golden Walk, so nenne ich das. Und was ich mache, ist, wenn ich zum Supermarkt einkaufen gehe, dann stelle ich mir vor, wie ich voller Glitzer bin, wie ich voller goldenem Glitzer bin, in mir überall und es ist so viel, das ist einfach schon auf die Straße fällt, so viel Glitzer trage ich in mir, weil ständig auch neuer dazukommt, weil ich den in mir generiere. Und dann stelle ich mir vor, wenn ich in den Supermarkt gehe, wie hinter mir, so eine Glitzerspur, wie ich die nach mir ziehe. Und dann stelle ich mir manchmal vor, wie Menschen das aufschnappen, die dann in meiner Spur gehen, in meiner Glitzerspur, die ich da gelegt habe. Und wie die sich plötzlich freuen und nicht wissen warum oder mehr Energie haben und so. Und das macht mich dann wiederum glücklich. Und dann denke ich mir, auch wenn ich heute sonst gar nichts gemacht habe, aber da habe ich ein Stück weit einfach einen Beitrag geleistet für andere Menschen, für die Menschheit und gleichzeitig habe ich mich selber vorher nochmal aufgeladen und habe mir selber nochmal vergegenwärtigt, wie reich ich innerlich bin und wie viel ich zu geben habe, weil ich so viel habe, dass es einfach schon im Überfluss da ist. Also sehr, sehr schön. Vielleicht magst du das auch mal ausprobieren. Das finde ich immer eine sehr, sehr schöne Übung. Kannst du ja auch morgens machen auf dem Weg zur U-Bahn oder zum Bus oder zum Auto, wo auch immer einfach, dass du da Spuren hinterlässt, die andere dann im feinstofflichen Bereich auffangen und du damit auch deinen Beitrag leistest für diese Welt. Und natürlich, Gesetz der Anziehung, du ziehst dann immer mehr an. Du hast irgendwann auch immer mehr, was du dann zu geben hast. Das ist die Endkonsequenz davon. Wow, super, super schöne Karten. Ich bin begeistert. Also die Sonne, das sieht sehr, sehr gut aus bei dir im Februar, obwohl wir noch Winter haben, zumindest da, wo ich lebe. Vielleicht bist du ja irgendwo in einem wärmeren Land. Aber das sind sehr, sehr sonnige Aussichten für deinen Februar. Freut mich sehr für dich. Alles klar, wenn dir das Orakel gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, sehen. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 3. Für alle, die dieses Herz gewählt haben. Wir schauen in deine Energien für den Februar. Wow, die 6 der Stäbe. Wir haben halt nur tolle Karten. Ist jetzt Wahnsinn. Der Wider. Ich erreiche meine Ziele mit Rücksicht auf andere. Also da geht's wieder um das Thema Zielerreichung. Das Rad. Eine Zeit positive Veränderung. Eine Situation, die sich plötzlich vorwärts bewegt. Das Glück ist auf deiner Seite. Dann die Wespe. Manchmal zeigt uns das Leben seinen Stachel. Der Tiefpunkt. Das ist ja konträr. Der Seelenschmerz. Führen. Nicht folgen. Ebene einen neuen Weg. Sei du selbst der Führer, nachdem du dich sehnst. Und die Energieheilung. Wow. Okay, also bei dir ist ja wirklich was los. Ich habe bei dir wirklich dieses Gefühl von, okay, ich muss mich erst mal sortieren. Ich habe bei dir dieses Gefühl von, du hast vielleicht deinen Fokus auf etwas gerichtet in deinem Leben, wo es nicht weiterging oder was nicht das Beste war, was nicht zu deinem Seelenweg passt, was nicht zu deiner Energie passt, was nicht dahin passt, wo deine Seele gerne hingehen möchte. Und ich habe bei dir wirklich so eine, das Leben zeigt dir sehr deutlich, das kann wirklich in jeglicher Richtung sein, das kann mit einem Menschen sein, das kann in einer Situation sein, in einem Job sein, das passt dir wirklich auf alles. Das Leben zeigt dir sehr deutlich, das ist da, wo du anklopfst, dass das eine Wand ist und keine Tür für dich. Dass das einfach keine Tür ist, wo du dagegen klopfst, wo du hin möchtest. Und vielleicht denkst du dir, das gibt es ja nicht und bist so fokussiert auf das, dass du gar nicht siehst, wo es für dich hingehen könnte. Und ich habe bei dir tatsächlich dieses, das Leben schubst dich jetzt in deine Richtung, ja. Da ist das Rad, das wieder anfängt sich zu drehen für dich. Und vielleicht hat es auch tatsächlich damit zu tun, dass du sagst, okay gut, du bist immer sehr viel gefolgt, du hast immer sehr viel an den Träumen und Zielen von anderen gearbeitet, aber halt wenig an deinen eigenen, aus welchen Gründen auch immer. Und das Leben sagt dir, will dir damit sagen, indem die Wand nicht aufgeht, durch dein Geklopfe, nein, das ist nicht für dich, du musst selber in die Führung gehen. Und das Leben schubst dich jetzt wirklich in diese Richtung und das kann auch wirklich sein, weil du hier einmal die Wespe mit dem Stachel hast, dass du da nochmal ein sehr deutliches Zeichen bekommst, dass das nicht dein Weg ist, dass ein anderer Weg auf dich wartet. Und der andere Weg, der ist frei hier. Du hast hier wirklich, du erreichst deine Ziele, du hast den Sieg hier drin mit der 6 der Stäbe, du hast eine Zeit positive Veränderungen drin, es bewegt sich plötzlich was vorwärts. Wenn du dich umdrehst und siehst, dass hinter dir eine Tür ist und du klopfst da dran und auf einmal geht diese Tür auf und dann geht es und du gehst durch und da ist ein Weg dahinter, der frei ist für dich. Und das ist wirklich das, was auf dich wartet. Also das Glück ist auf deiner Seite, sobald du anfängst, deinen Weg zu gehen und sobald du aufhörst, gegen diese Wand zu klopfen, die sich einfach nicht öffnen wird für dich, weil da kein Weg für dich dahinter ist. Authentizität habe ich ganz stark bei dir drin. Auch dieses Heilen, dieses Schmerzes, der hier vielleicht noch liegt, dass du wirklich, weil egal, egal wie sehr dieser Weg dann besser für dich ist. Wir kennen das ja alle, wenn wir uns oft gedanklich in irgendwas verliebt haben, in eine Person, in einen bestimmten Weg, in einen Job, wo wir uns dachten, da werden wir die Erfüllung finden. Dann gibt es einen Anteil in dir, der sehr, sehr verletzt ist, wenn du dich von dem abwendest. Und das ist normal, das ist klar, weil dieser Anteil die Hoffnung hatte oder die feste Überzeugung vielleicht sogar hatte, dass das genau dein Weg ist und dass dich das zu deinem Glück führen wird. Und das dauert natürlich ein bisschen, um diesen Schmerz auch zu heilen, um diesen Anteil einfach mit an Bord zu bekommen, um den Anteil davon zu überzeugen, dass der andere Weg auch gut ist und dass der viel, viel besser ist. Das dauert einfach. Und ich sage das deswegen dazu, weil es trotz dieses Schmerzes so ist, dass man ja trotzdem weitergehen kann, man den Schmerz wahrnehmen kann, mit dem Schmerz arbeiten kann, mit der Enttäuschung vielleicht arbeiten kann und weitergehen kann. Enttäuschung heißt ja auch nicht mehr getäuscht sein, sich weiterentwickeln, also sich nicht mehr verwickelt zu sein, ja, und diesen Anteil einfach mitzunehmen und dem Ganzen auch hier Verständnis zu zeigen und zu sagen, okay, ich sehe das, dass dir das jetzt weh tut. Ich sehe das, dass es einfach einen Teil in mir gibt, der so sehr gehofft hat, dass das funktioniert. Und das tut es jetzt nicht. Und das ist enttäuschend und das ist traurig und das kann man dem auch nicht wegnehmen, ja, sondern das muss man einfach akzeptieren, da muss man durchgehen, damit muss man arbeiten und dann geht es in die neue Richtung und du wirst sehen, je mehr du deinen eigenen authentischen Weg gehst, desto mehr wird sich das Leben wieder für dich drehen, desto mehr wirst du wieder sehen, dass einfach, ja, dass dir Dinge leichter von der Hand gehen, dass du wieder mehr im Flow bist im Leben, dass du wieder kleine und große Siege hast auf deinem Weg, dass du merkst, dass du Ziele wieder viel einfacher erreichst, als das vorher einfach der Fall war, weil du plötzlich auf deinem Weg bist, für den du gemacht wurdest und da geht es dir natürlich leichter von der Hand, ja, aber vergiss einfach hier nicht, weil du hier auch die Energieheilung mit drin hast, vielleicht ist das auch dein Weg, vielleicht bist du auch ein Heiler, der endlich in die eigene Kraft kommt mit Merlin, weil er die Merlin kennen, der hat sich ja auch lange versteckt vor seiner Heilerkraft oder hat seine Heilkraft versteckt, hat die nur hintenrum angewandt, vielleicht geht es jetzt auch darum, bei dir nach draußen zu gehen mit deiner Heilkraft, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, mit dem, was du schon in dir trägst, vielleicht geht es jetzt auch darum, der Welt dadurch einfach auch einen Mehrwert zu bieten, indem du dich selber heilst, indem du andere in ihrer Heilung unterstützt, und dadurch, dass du einfach wieder auf deinen authentischen Weg gehst, dass du selber wieder ein Führer wirst, ebne einen neuen Weg, du hast hier drin, du bist nicht dazu geboren, in die Fußstapfen von jemand anderem zu treten und ja, das hat den Nachteil, dass uns die Sicherheit, die vermeintliche Sicherheit verloren geht, weil wir nicht wissen, ob der nächste Schritt jetzt richtig ist oder ob wir den lieber ein Stück weiter rechts oder links ansetzen sollen, das ist natürlich einfacher, wenn Fußstapfen da sind, in die man treten kann, weil es vorhersehbarer ist, aber auch dieses Ebenen eines neuen Weges hat einen Zauber in sich und es ist immer jemand, den Weg das erste Mal gegangen und dann gab es halt Leute, die hinterher gegangen sind und dann in die Fußstapfen getreten sind und darum geht es bei dir, dass du den Weg einfach ebnest für andere und dazu musst du in deine Energie kommen, dazu musst du in deine eigene Kraft kommen und vorausgehen und du kannst dich zwar auf keine Fußstapfen verlassen, die vor dir sind, auf die du steigen kannst, aber du kannst dich darauf verlassen, dass du auf deinem Weg bist, wenn du auf deine Intuition hörst, auf deine eigene Kraft, die du in dir trägst und du wirst es daran sehen, wie das Leben dir Dinge zurückwirft, wie du einfach merkst, das Leben wird dir Feedback dazu geben, wenn du voranschreitest und das wird dir die Sicherheit geben, dass du auf dem richtigen Weg bist, indem du dir auch Meilensteine vielleicht festschreibst, wo du sagst, okay gut, das möchte ich erreichen oder das ist mir wichtig und wenn ich das erreiche, dann weiß ich, ich bin auch auf dem richtigen Weg. Dann brauchst du diese Fußstapfen nämlich auch gar nicht und dann ebnest du einen Weg vielleicht für sehr, sehr viele andere, die diesen Weg dann auch gehen können und leistest somit einen Beitrag für diese Welt und für die Menschheit. Sehr, sehr schöne Karten. Ich hoffe, das Orakel hat dir gefallen. Wenn dem so war, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 4, für alle, die dieses Tigerauge-Herz gewählt haben. Wir schauen in deine Energien für Februar. Das Ast der Stäbe. Sehr schön, der Steinbock mit der Autorität. Ich lobe mich selbst und kann dadurch motiviert die alltäglichen Pflichten erledigen. Drei der Erde, die Macht der Kreativität, Anerkennung für qualitativ hochwertige Arbeit und sei ein Teamplayer. Das Chamäleon, tue so als ob. Die Ungewissheit. Die Erkenntnis. Das ist ja schon mal, das finde ich, das ist super Kartenkombination. Die mutige Pfingstrose, facettenreich, einzigartige Natur, zeige dich, wie du bist. Wow. Ich habe mir schon eine Karte aus der Hand. Und trinke mehr Wasser. Ich liebe das ja immer, wenn die Karten zu dir direkt einen Rat geben. Das muss ich mir auch zu Herzen nehmen. Wasser, mehr Wasser trinken. Wasser ist auch ein Informationsträger im Körper. Das heißt, wenn du neue Informationen in deinen Zellen transportieren möchtest, wenn du gerade dabei bist, auf der geistigen Ebene sehr viel zu arbeiten, ist es auch wahnsinnig wichtig, sehr viel Wasser zu trinken, damit du wirklich, damit sich dieses Wissen, das du versuchst zu integrieren, auch wirklich in jeder Zelle verankert, damit du das in deinen ganzen Körper geschwemmt bekommst, sozusagen. Also das ist ganz, ganz wichtig, auch immer, wenn man an sich arbeitet. So, also, du hast eine neue Inspiration hier, ein Feuer, das in dir entfacht, eine Leidenschaft, die da auf dich zukommt und die dir ganz, ganz viel Motivation bietet und gleichzeitig, also ich habe bei dir zwei verschiedene Seiten. Du bist irgendwie wie in so einer Zwischenphase. Du hast da ein Feuer in dir, das du vielleicht noch nicht wirklich definieren kannst, wo du noch nicht weißt, wie du damit umgehen sollst und auf die Erkenntnis wartest, wie du das in deinem Leben integrieren kannst. Das kann wirklich sein, also das ist so ein klassisches Kartenbild für jemanden, der in einem Job arbeitet, den er eigentlich nicht mehr haben möchte und in sich spürt, dass da was anderes kommt und aber noch nicht weiß, wie dieser Transit hier erfolgen soll oder was denn das Neue ist. So sieht das in der Regel aus, wenn ich Karten lege für solche Situationen. So, dann ist es hier ganz, ganz wichtig, weil du hast hier einmal diese Chameleon-Situation, das heißt eine Situation in deinem Leben, wo du, aus der du gerade vielleicht herauswächst, die dir langsam zu eng und zu klein wird, wo die Klamotten ein bisschen zwicken langsam und du merkst, naja, eigentlich ist das nicht mehr das, was ich will und gleichzeitig ist das Neue noch nicht ganz da. Und dann wirst du hier wirklich aufgefordert, in dem Alten, tu so als ob, bleib in dieser Rolle noch, so gut wie es irgendwie geht, akzeptiere sie noch als das, für was sie dient gerade, schau dir den Nutzen an, von dem, dass du jetzt weiterhin noch da ein Stück weit drin gehst, in diesen alten Klamotten, und gleichzeitig nähere dieses Feuer in dir, schau dir das an, geh darauf zu, versuch das zu greifen und versuch dir da innerlichen Plan zurechtzulegen, wie du das in die Realität bekommst, während du das hier noch weitermachst und hier auch wirklich sei ein Teamplayer, es kann auch sein, dass du hier nochmal Anerkennung bekommst, dass du aber einfach schon merkst, das funktioniert nicht mehr, kann auch für eine Partnerschaft stehen, dass du einfach in einer Zwischensituation dich befindest, wo einfach Altes dann auch gehen darf, weil du rausgewachsen bist und das Neue dann kommen darf. Geh trotzdem motiviert noch deinen täglichen Aufgaben nach, weil du natürlich auch da manifestierst in dieser Rolle und wenn du da frustriert bist, wenn du da negative Energien hast, wo du sagst, okay, da bin ich im Frust, da bin ich in der Langeweile, was auch immer, diese ganz niedrig schwingenden Energien, dann ist das natürlich auch nicht dienlich für deinen neuen Weg, weil dann musst du dich erstmal wieder rausziehen, um hier wieder in Gefühle zu kommen, die dir überhaupt erst Schöpferkraft erlauben, um hier in diese, ich habe es in dem letzten Video schon mal gesagt, in diese Emotionen einfach zu kommen, die höher schwingend sind und erst diese Emotionen sorgen dafür, dass du wirklich tolle Sachen in deinem Leben manifestierst. Deswegen pass hier in dem, was auch immer das ist für dich, pass hier auf deine Energie auf, versuch da wirklich das Beste noch rauszuholen, auch wenn du schon merkst, okay, das geht nicht mehr lange gut, versuch es trotzdem noch zu genießen, versuche trotzdem noch motiviert und diszipliniert zu sein, versuche trotzdem für dich da noch einen Nutzen auch draus zu ziehen, um zu sagen, okay, ich weiß ja eh schon, dass das Neue kommt und gerade mit dem Wissen, das kannst du ja auch als Feuer nutzen, um dich hier noch zu motivieren, weil du weißt, dass es einfach zeitlich begrenzt ist. Ich habe bei dir eine Ungewissheit und gleichzeitig eine Erkenntnis drin, also hier kann wirklich was kommen im Februar, was sehr, ich glaube, dass es auch astrologisch sehr, sehr gut steht im Februar für Ideen, Erkenntnisse aller Art, also das sieht mit Sicherheit auch ganz gut aus, um hier wirklich eine Erkenntnis zu haben, Aha und ich könnte mir gut vorstellen, dass das Aha bei dir ist, wie du dieses Neue umsetzt in deinem Leben, wie du auf das Neue zugehst. Zeige dich, wie du bist, sei mutig, geh raus, öffne das, was hier in dir ist, was schon in dir sich entwickelt, öffne dich, zeig das nach außen, halte dich nicht länger in dieser Knospe drin, sondern fang jetzt an zu blühen, mach die Knospe auf, mach die Blüte auf, und zeig dich in dem, was du hier für dich gefunden hast, in dir, in deiner einzigartigen Natur und das kann ganz stark von dem hier abweichen, aber das ist halt das Neue Du, einmal alt, einmal neu, Übergang neu und jetzt macht es auch noch mehr Sinn, weil ich am Anfang schon gesagt habe, trink mehr Wasser, gerade da ist es noch mal wichtig, alle diese neuen Informationen, bei dieser riesigen Transformation, die du hier drin liegen hast, in deine Zellen zu bekommen, zu gucken einfach, dass der Körper mitkommt, weil geistige Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung ist oft auch wahnsinnig anstrengend für den Körper, der Körper ist das Materielle, ist das Feste und das dauert einfach ein bisschen, bis der mitkommt und je mehr du deinem Körper Gutes tust, desto mehr sorgst du eben dafür, dass dieser Prozess noch mal beschleunigt wird und dass du nicht zu sehr und zu lange in dieser Phase von oh Gott, ich muss jetzt schauen, dass mein Körper hinterher kommt, gefangen bist. Das ist auch wirklich oft so, wenn Menschen anfangen zu meditieren oder irgendwelche Routinen, von denen sie ja wissen, dass ihnen die gut tun, in ihr Leben zu integrieren, dass sie erst mal müde sind, dass sie viel schlafen, dass es das Körperlicht, das ein oder andere Wehwehchen noch mal auftaucht, das ist ganz normal, deswegen hier, kümmere dich gut um deinen Körper, trink viel Wasser, damit das Physische auch zügig hinterher kommt und du schneller noch in diese neue Version von dir gehen kannst. Sehr, sehr schöne Karten. Alles klar, meine Lieben, ich hoffe, das Orakl hat euch gefallen, wenn dem so war, lasst mir gerne ein Däumchen hoch da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, Tschüss.